Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Azure-Tipp. Wir starten eine ganz, ganz kleine Miniserie zum Thema Windows Auto-Patch. In der heutigen Session schauen wir uns die Voraussetzungen an, wie uns Windows Auto-Patch unterstützen kann und wie wir unseren Tenant vorbereiten können. All das werden wir in dieser Session miteinander besprechen. Ich würde sagen, lassen Sie uns gleich beginnen. Zuerst einmal, ich habe einen Artikel vorbereitet aus dem Dokumentationsportal von Microsoft zum Thema Windows Auto-Patch. Was ist Windows Auto-Patch? Windows Auto-Patch soll uns unter anderem helfen, dass wir unsere Infrastruktur auf dem neuesten Stand halten können. Weil es muss so viel immer aktualisiert werden. Zum Beispiel müssen wir das Betriebssystem Windows aktualisieren. Vielleicht auch die Microsoft 365 Apps, dann Microsoft Edge, Microsoft Teams etc. Es braucht da immer Updates, damit diese Applikationen oder auch Betriebssysteme auf dem neuesten Stand sind, dass auch die Sicherheit gewährleistet werden kann. Wir sehen hier eine Zusammenfassung von Windows Auto-Patch, was das Ganze so eindeutig macht Windows Auto-Patch. Beispielsweise diese Punkte, die aufgelistet sind, wie zum Beispiel Schliessen der Sicherheitslücken. Das wird uns hier angezeigt. Oder Schliessen der Produktivitätslücke. Oder dann aber auch Optimieren der IT-Administrationsressourcen. Oder auch die On-Premises-Infrastruktur, Onboarding neuer Dienste etc. Sie sehen also, Windows Auto-Patch soll uns helfen, soll uns unterstützen, soll die IT-Administratoren entlasten. All das wird in diesem Artikel beschrieben. Es wird auch gezeigt, wo wird das Update-Management eingesetzt. Zum Beispiel bei den Windows-Quality-Updates, bei den Windows-Feature-Updates, Microsoft 365, Apps for Enterprise, Microsoft Edge, Teams etc. Selbstverständlich gibt es da schon einige Unterschiede. Zum Beispiel die Windows-Quality-Updates, die erscheinen häufiger als die Windows-Feature-Updates. Die erscheinen mehr oder weniger halbjährlich oder vielleicht auch nur jährlich. Gut, nichtsdestotrotz, Windows Auto-Patch soll uns genau bei diesen Aufgaben unterstützen, soll uns helfen. Sie können diesen Artikel selbstverständlich noch in aller Ruhe durchlesen. Ich werde die Links entsprechend beim Video auflisten. Was sind denn die Voraussetzungen? Was braucht es, damit Sie mit Windows Auto-Patch arbeiten können? Hier habe ich einen Artikel vorbereitet mit den Prereqs. Zuerst einmal die Lizenzierung. Ja, das ist immer ein wichtiges Thema. Wir brauchen mindestens Windows 10, Schrägstrich 11, Enterprise E3 oder höher. Wir brauchen Azure Active Directory Premium, und zwar mindestens P1. Und wir brauchen eine Microsoft Intune Lizenz. Das ist alles notwendig, damit wir mit Windows Auto-Patch arbeiten können. Dann die Konnektivität muss gewährleistet sein. Sie können eine entsprechende Liste mit IPs und URLs aufrufen, wenn Sie auf diesen Link klicken. Dann Azure Active Directory muss ebenfalls vorhanden sein. Das heisst, wir brauchen Azure Active Directory als Authentifizierungsprovider. Dann das Device Management. Die Systeme müssen mit Mobile Device Management, hier sprich Intune, verwaltet werden können. Das sind alles Voraussetzungen, die es braucht. Sie haben weiterführende Informationen zu den Lizenzen und auch, was Sie beachten müssen, wenn Sie beispielsweise noch mit dem Microsoft Endpoint Configuration Manager arbeiten, wie Sie dann den Workload entsprechend aufteilen müssen. So, das sind die Voraussetzungen. Und jetzt? Jetzt geht es direkt los. Ich habe nichts vorbereitet bei meinem Tenant. Also, ich gehe mehr oder weniger, ich sage jetzt mal so, blauäugig an die Vorbereitung. Ich wollte das unbedingt so zeigen, also keine Vorbereitung, nichts im Hintergrund vorbereitet, damit wir das gemeinsam untersuchen können. Hier befinde ich mich im Azure Portal. Das hilft uns direkt nicht weiter, sondern wir müssen zum Endpoint Manager navigieren. Also geben wir die entsprechende URL ein, endpoint.microsoft.com. Weil wir müssen den Tenant vorbereiten im Intune Portal oder eben im Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Schnell anmelden, macht das kurzschnell, Multifaktor Authentifizierung bestätigen und dann geht es direkt los. Anmeldung wird durchgeführt, ist abgeschlossen und jetzt befinden wir uns im Microsoft Endpoint Manager Admin Center. Wir navigieren nun direkt hier zu Tenant Administration. Unter Tenant Administration navigieren wir nach unten und wir sehen zwei Optionen. Windows Auto Patch und Microsoft Managed Desktop. Bei beiden Kategorien oder sagen wir mal so, bei beiden Funktionen gibt es ein sogenanntes Tenant Enrollment. Und das sieht auf den ersten Blick sehr ähnlich aus. Ich öffne einmal das Microsoft Management Desktop Tenant Enrollment und dann erhalten wir hier die weiterführenden Informationen. Welcome to Microsoft Managed Desktop. Wir können dann auch mit einem Readiness Assessment Tool arbeiten, etc. Uns interessiert Windows Auto Patch. Darum klicke ich auf Tenant Enrollment und auch hier erhalten wir weiterführende Informationen. Welcome to Windows Auto Patch. Wir müssen unseren Tenant einrichten, beziehungsweise wir müssen uns registrieren und dann wird mit dem Readiness Assessment Tool gearbeitet. Ich navigiere nach unten, wir erhalten die notwendigen Informationen, wir sehen auch das Privacy Statement, etc. Schlussendlich müssen wir hier diese Checkbox aktivieren, damit wir das Ganze bestätigen können. Ich klicke auf Agree und jetzt startet direkt die Untersuchung. Der Readiness Status wird uns dann entsprechend angezeigt. Und wir sehen, die Tests sind abgeschlossen. Es wurden fünf Tests durchgeführt, welche ready sind und zweimal gab es ein Advisory. Okay, schauen wir uns die Details etwas genauer an, dann klicken wir auf Enroll. Das heisst, weil hier ready steht, sind die Voraussetzungen erfüllt. Ich wähle nun trotzdem View Details aus, um die Details zu erhalten. Aha, Advisory. Co-Management. Okay, ich arbeite jetzt nicht mit Co-Management. Darum ist das eine Empfehlung oder ein Advisory und Conditional Access. Ich klicke auf Co-Management und jetzt sehen wir die entsprechenden Informationen. Hier wird ein Grund angegeben. Und zwar sollten wir den Workload anpassen in Co-Management. Ich arbeite nicht mit Co-Management, darum werde ich ganz einfach diese Meldung ignorieren. Dann geht es weiter zum zweiten Advisory, Conditional Access. Was wird uns hier angezeigt? Der Grund ist, aha, Conditional Access Policy sollten die Windows Auto Patch Devices oder Benutzer nicht beinhalten. Naja, habe ich nicht. Es gibt eine Conditional Access Policy, die heisst MFA für AVD. Aber das ist nichts, was irgendwie mit Windows Auto Patch zu tun hat. Weil ich habe ja Windows Auto Patch noch gar nicht eingerichtet. Also werde ich diese Meldung, dieses Advisory ebenfalls ignorieren. Es geht zurück zu Tenant Enrollment. Hier sind wir stehen geblieben und jetzt klicke ich auf Enroll. Das heisst, jetzt werden wir gemeinsam den Tenant einrichten bzw. registrieren. Jetzt erhalten wir die nächste Meldung. Allow Administrator Access for Microsoft. Lesen wir das gemeinsam in aller Ruhe schnell durch. Bzw. ich habe es durchgelesen. Ich lade Sie selbstverständlich ein, dass Sie das auch in aller Ruhe durchlesen. Hier steht, dass Microsoft einige Berechtigungen braucht. Das müssen Sie für sich nun abwägen, wollen Sie diese Berechtigungen zuweisen, ja oder nein. Wenn das für Sie nicht passend ist, dann können Sie zu jeder Zeit diese Registrierung abbrechen, indem Sie auf dieses X klicken. Ich belasse es. Ich gebe Microsoft die notwendigen Berechtigungen, dass Sie im Hintergrund die notwendigen Schritte ausführen können. Ich klicke auf Agree, damit wir das Einrichten fortfahren können. Jetzt muss ich hier Kontaktangaben eingeben, die dann von Microsoft unter Umständen verwendet werden können. Das werde ich jetzt im Hintergrund schnell machen, dann auch für den Sekundary Admin und dann geht es direkt weiter. Alle Angaben habe ich ausgefüllt. Jetzt heisst es Setting Up Windows Auto Patch. Es heisst auch, das kann ein paar Minuten dauern. Also werde ich ganz einfach geduldig sein und warten, bis das Ganze abgeschlossen ist. Sieht so aus, als ob diese Einrichtung abgeschlossen ist. Wir klicken auf Continue und jetzt sehen wir unsere Umgebung Windows Auto Patch. Wir sehen Devices ready und not ready. Warum wir jetzt hier noch nichts sehen, warum keine Geräte aufgelistet werden, das werde ich in der nächsten Session mit Ihnen besprechen. Weil wir sehen auch hier Windows Auto Patch Setup wird da im Hintergrund noch abgeschlossen. Aber damit wir nun die Geräte entsprechend verwalten können, da braucht es noch einige Konfigurationsschritte. Und wie das genau aussieht, was es da zu konfigurieren gilt, genau das und mehr schauen wir uns in der nächsten Session gemeinsam an.